Heute war schon ein ziemlich guter Tag, bin zufrieden, freue mich, dass ich morgen noch drin bin. Ich spiele gerne vor deutschem Publikum und die pushen mich dann auch gut. Meine letzte Begegnung war gegen sie beim World Cup und da war ich ziemlich gut drauf, aber sie war ein ganzes Stück besser drauf als ich. Ich hoffe, dass ich schöne Bälle spielen werde. In der Vergangenheit habe ich mal die ein oder andere Chinesin knacken können und wenn ich in der vorheimischen Kulisse ruhe, wo denn dann?